Anfang November letzten Jahres hat der hierzulande vielleicht sogar bekannteste zweiter Träger seine Kollektion im Berliner Adlon Hotel als des Prinzen neue Haare vorgestellt, mit der er auch heute hier in Düsseldorf ein absolutes Statement setzen möchte. Es wird also pompös oder besser gesagt pompös her bei GFH und zwar mit Josefine Acht und Harald Glöckler. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.